Wer verstehen möchte, wie künstliche Intelligenz funktioniert, ist auf dem KI-Campus genau richtig. Auf der digitalen Lernplattform stehen spannende Lernangebote zu verschiedensten Themenfeldern der KI zur Verfügung. Alle Angebote sind kostenlos. So können zum Beispiel Studierende ihre KI-Kompetenzen stärken, ganz unabhängig von Ort und Zeit. Sie haben die Wahl zwischen vielfältigen Inhalten und Formaten. Für das Lernen unterwegs gibt es inspirierende Podcasts. In interaktiven Online-Kursen kann man Schritt für Schritt Konzepte und Methoden der KI kennenlernen. Die Lernangebote vermitteln sowohl Grundlagen als auch spezifische Kompetenzen für einzelne Fachbereiche oder Berufsfelder. Lernvideos können in den Arbeitsalltag integriert werden und unterstützen zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte dabei, sich über Anwendungen von KI in der Medizin weiterzubilden. Die abwechslungsreichen Formate fördern KI-Kompetenzen passend zu den individuellen Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer. Mit einem Quiz gelingt die Wissensvermittlung spielerisch. Wozu braucht man diese künstliche Intelligenz eigentlich? Die KI-Campus-Community bringt Lernende, Fachleute aus Lehre und Praxis und KI-Interessierte zusammen. Sie tauschen sich aus und vernetzen sich, um KI gemeinsam zu gestalten. Die digitalen Lernangebote können natürlich auch in die Lehre vor Ort integriert werden und bieten so eine spannende Ergänzung zu analogen Bildungsformaten. Denn der persönliche Austausch ist durch nichts zu ersetzen. Wir sehen uns auf dem KI-Campus.